Na alle zusammen, hier ist wieder euer Chiller und heute bin ich wieder für euch in Battle for Asset unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um ein spezielles Mount und zwar um das Rätselmount aus Patch 8.1. Und ja, das heißt hier Schwarmbewusstsein. Für dieses werden wir jetzt ein Weilchen unterwegs sein. Sprich, wenn ihr das angehen möchtet, dann solltet ihr gute Nerven haben, ein wenig Zeit mitbringen und am besten das auch noch von vier anderen Spielern verlangen. Denn ihr werdet hier zum Ende zumindest andere Gruppenmitglieder brauchen. Insgesamt vier plus euch selbst, also eine Fünf-Mann-Gruppe, die ebenfalls die Zeit reininvestieren wollen und dementsprechend auch ein wenig Durchhaltevermögen haben und vielleicht so den einen oder anderen Sinn für Rätsel mitbringen. Als allererstes sollte ich vielleicht erwähnen, dass ihr quasi selbst das Mount seid. Wir können jetzt hier einmal ein bisschen rumfliegen. Und ihr seht, ihr seid selber das Mount. Es kann fliegen und ist ganz schnell wie ein normales Flugreitier. Zusätzlich gibt es hier quasi den Effekt, dass andere Spieler in euch einsteigen können. Die sind dann quasi einfach hier drin und ihr bekommt für jeden Spieler, der hier einsteigt, quasi einen Buff von 10% Movement Speed. Insgesamt können vier Spieler dazusteigen. Heißt, ihr kriegt 40% zusätzliches Movement Speed. Und das ist ganz praktisch. Wenn ihr euch den Buff wegdrückt, dann kriegen die anderen Leute einen Fallschirm. Also ihr könnt damit leider keinen umbringen. Aber theoretisch ist das das schnellste Flugmount, was es dann in-game gibt. Ja, soviel dazu. Jetzt würde ich sagen, steigen wir mal ein, wie das Ganze hier funktioniert. Ihr braucht nämlich sehr, sehr viele Steps, um dann am Ende das Mount zu kriegen. Ich werde euch jetzt kurz erklären, wie es im Großen Zügen geht. Und danach werden wir auf die einzelnen Steps eingehen. Ich werde dazu so kleine Timemarks machen, unten in die Infobox reinposten. Dann könnt ihr dann durchhoppen. Denn ihr müsst theoretisch nicht alle Punkte durchspielen, die ich euch jetzt zeige. Denn man kann das auf die verschiedenen Gruppenmitglieder aufteilen. Und jedes Gruppenmitglied kann theoretisch einen anderen Punkt abarbeiten. Das könnt ihr auch zeitgleich quasi machen. Und nicht jeder muss alles machen. Ich habe jetzt hier, da ich das Video erstellen möchte, alle Steps einmal durchgemacht. Das hat mich in etwa 4 Stunden gekostet, so um den Dreh rum. Ihr könnt rechnen, wenn ihr alle Steps macht, zwischen 3 und 7 Stunden, habe ich jetzt von vielen gehört, ist so der Faktor. Wenn ihr nur Teilbereiche macht, um dann am Schluss zum Mount zu kommen, könnt ihr das wahrscheinlich auch ein bisschen über 2 Stunden machen, wenn ihr sehr effizient seid. So, jetzt erstmal einen groben Überblick, was ihr machen müsst. Wir brauchen als allererstes 4 Monokel. Die haben wir nämlich hier. Wir haben ein grünes Monokel, oder fangen wir hier an. Wir haben ein rotes Monokel, ein gelbes Monokel, ein grünes Monokel und ein blaues Monokel. Diese 4 müssen wir unterspielen. Wie das geht, werde ich euch jetzt dann gleich im Detail erklären. Wenn wir diese 4 Monokel haben, dann können wir damit ein kleines Event in Suroma machen. Und da brauchen wir nämlich dann insgesamt 5 Spieler. Und jeder Spieler braucht ein anderes Monokel. Und ein Spieler, der braucht theoretisch gar keinen Monokel. Heißt, wenn ihr das hier machen wollt, könnt ihr, um Zeit zu sparen, euch 5 Leute suchen. Jeder erspielt sich ein anderes Monokel. Und dann fängt man in Suroma mit dem Event an. Muss dann in eine Instanz gehen und ein paar Rätsel zusammenlösen. Dazu werde ich später auch kommen. Und kriegt am Ende das Mount. So viel dazu. Man kann aber auch so machen, dass jeder sich quasi alle Monokel holt. Und man dann losziegert. Oder man sich seine Monokel hinein holt. Dann eine Gruppe sucht und die Leute dazu sucht, die die jeweiligen anderen Monokel haben. Das ist einem freigestellt. So, wo kriegt man diese Monokel jetzt im Grunde her? Ja, wir fangen einmal hier an in Shatrat. Da ist unser Ausgabegangspunkt. Da müssen wir hin. Und zwar Shatrat in Draenor. Ich denke mal, das dürfte jeder kennen. In der Scherbenwelt. Wälder von Terokka, Shatrat. Und dort müssen wir einmal quasi runterfliegen in dieses untere Viertel. Und wir haben hier einen Händler. Den kennt vielleicht der eine oder anderen schon. Hier diesen netten Troll. Der ist bei den Koordinaten 65, 68. Genau hier. Und bei dem müssen wir jetzt ein Item kaufen. Und zwar brauchen wir hier diesen Talisman. Das war eine Schatzjagd. Der war eine Schatzjagd. Den hier. Den müssen wir kaufen. Und sobald wir den Talisman haben, legen wir diesen Talisman an. Und zwar... Hier habe ich ihn. Den legen wir an. Und den tun wir jetzt die ganze Zeit nicht ausziehen. Der bleibt die kompletten Stunden, bis ihr das Mount habt an. Weil alles, wo ihr mit interagieren müsst. Oder andere Geschichten mit Händlern, die ihr braucht. Die seht ihr. Beziehungsweise könnt ihr nur interagieren, wenn ihr das Ding anhabt. Also lasst es einfach an das Teil. Und gut ist. Ein Tipp am Rande. Macht das Ding nicht im War-Mode. Schaltet den War-Mode aus, weil ihr habt einen Slot, der schwächer ist. Und natürlich gehen eure Acerid Pieces dann auch nicht. Also macht das nicht. Schaltet den War-Mode aus und geht dann hierher. Sobald ihr das gemacht habt, ist das Erste, was ihr dann macht, dass ihr... Sobald ihr den hier anhabt, könnt ihr... Warte mal, habe ich ihn noch? Haben wir hier hinten einen Brief. Der liegt genau hinter ihm. Und den klicken wir jetzt mal an. Und wenn wir den angeklickt haben, dann haben wir schon den ersten Step von einem Monokel abgearbeitet. Und zwar vom blauen Monokel. Das werde ich aber nochmal beim blauen Monokel in den Unter-Tab erklären. Aber wir sind gleich hier am Anfang. Deswegen nehmen wir dann dementsprechend gleich mit. Vielleicht nochmal zur groben Orientierung. Wenn ihr euch jetzt überlegt, welches Monokel ihr wählen sollt, das ihr vielleicht spielt. Für das blaue Monokel braucht ihr etwa 3000 Gold. Das ist ein Trade-Game. Ihr möchtet Items bei Händlern im Vashir kaufen. Bei Fisch-NPCs unter anderem. Und müsst dann mit dem einen Item zum anderen und wieder hin und her tauschen. Und das dauert ewig. Also ihr seid da schon mal eine halbe bis Stunde unterwegs und braucht 3000 Gold. Dann das Gelbe ist das Aufwendigste. Da müsst ihr ein Minispiel in einer Instanz spielen. In Uldum unten. Und zwar könnt ihr hier rechnen, dass ihr zwischen einer Dreiviertelstunde und drei Stunden brauchen werdet. Je nachdem wie gut ihr seid und ob ihr das Add-On nutzt. Dann für das Grüne braucht ihr 10 Minuten. Das ist das Einfachste. Da müsst ihr in Skyreach ein Minigame machen, das sehr, sehr schnell geht. Wenn ihr den Challenge-Mode-Port habt, könnt ihr das hier in unter 5 Minuten machen. Dann ist das Allereinfachste. Und dann habt ihr noch quasi das blaue Monokel. Und dafür müsst ihr an verschiedenen Stellen so Zettel aufheben, was wir hier auch gerade hatten. Das ist nämlich der erste Brief, den wir aufheben müssen. Und das ist, je nachdem wie gute Ports habt, dauert es eine halbe Stunde. Ihr müsst halt viel rumfliegen, aber das gilt ist nicht gefragt. Sprich, das Schwierigste ist das Gelbe. Langwierig ist auch das Rote. Die anderen beiden gehen relativ zügig, wenn ihr euch da mit den Leuten so aufteilen wollt. Ja, ich würde sagen, jetzt schauen wir in die einzelnen Monokel rein und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, dann starten wir mit dem ersten Monokel durch. Und zwar mit dem Roten. Da hatte ich mich eben übrigens versprochen, ich hatte irgendwie zweimal Blau gesagt. Nein, das Rote ist das Erste und das ist das, wo wir quasi unser kleines Trade-Game haben. Wo befinden wir uns jetzt? Wir sind einmal in Vashir. Das ist dieses Wasser-Ding aus Katar. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr hierherkommt, dann einmal als Allianzler haben wir hier oben so einen komischen Kreis. Und dort gibt es ein blaues Portal, das nach Vashir führt. Und dann könnt ihr quasi hier in Vashir hin. Ihr könnt natürlich auch hier rüberfliegen. Das funktioniert theoretisch auch. In Ogrimmar gibt es diesen Portalkreis ebenfalls. Und zwar ist der in Ogrimmar hier oben. Dort habt ihr auch ein Vashir-Portal. Und ja, dann müsst ihr aus dem Wasser erstmal raus und hier nach oben. Übrigens für alles weitere könnt ihr, wenn ihr Drillzeit die Wassergestalt nehmen oder wenn ihr das Seepferdchen hier gespielt habt, dann könnt ihr auch das Seepferdchen hier hernehmen und dementsprechend mit dem Vashir-Seepferdchen hier ein bisschen schneller schwimmen. Sollt ihr am besten mit einem Charm machen, der auch gequestet hat, weil der hat dementsprechend dann auch die sonnendliche Wasseratmung dieses Gedöns. Gut, jetzt fangen wir an. Wir sind einmal hier nicht unter Wasser in Vashir, sondern über Wasser. Und zwar schauen wir jetzt mal auf die Map. Wir sind nämlich bei den Koordinaten, jetzt fliege ich mich mal ganz zu dem Turm hin, da müssen wir nämlich hin, etwa bei den Koordinaten 44-20 und zwar über Wasser. Und das ist die schimmernde Grotte, sondern schimmernde Weiten. Das ist dieses Gebiet hier und dort auf den Koordinaten. Hier fliegen wir hoch und da haben wir einen Turm und dort haben wir einen Merlock und der wird nämlich jetzt noch sehr interessant. Jetzt können wir den Merlock mal anquatschen. Ich gehe, glaube ich, lieber in das Ding, mit dem Ding ist immer ein bisschen blöd. Also, wir haben nämlich hier einen Händler und der verkauft uns direkt das rote Kristallmonokel. Das klingt jetzt cool, hey, nice, ich muss jetzt nur hier was kaufen, aber das braucht Reagenzien und zwar insgesamt drei Stück und da brauchen wir immer fünf Einheiten von. Diese Reagenzien müsst ihr ertauschen und zwar dauert das hier doch mal fast halbe Stunde, dreiviertel Stunde sowas um den Dreh rum, um diese Sachen rumzutauschen. Denn ihr könnt hier die Muscheln kaufen und mittels diesen Muscheln könnt ihr dann zu bestimmten NPCs, die hier in ganz Waschier verteilt sind, hinschwimmen und dort quasi die Muscheln gegen eine andere Reagenz hier tauschen. Die andere Reagenz hier bei einem anderen NPC, der natürlich am ganz anderen Ende ist, wieder gegen eine dritte, dann diese wieder gegen eine vierte auf dem anderen Ende, diese gegen eine fünfte auf dem anderen Ende. Also ihr tauscht da sehr, sehr lang hin und her und dann erhaltet ihr irgendwann die ersten, quasi das erste Item. Und dann geht es wieder weiter, ihr nehmt wieder Muscheln, geht wieder zum ersten Händler, zum nächsten Händler, zum dritten Händler, zum vierten Händler und quasi wieder weiter. Also so funktioniert das quasi hier, ja. Wichtig zu wissen, diese ganzen Items, die ihr kauft und die ihr tauscht, die haben eine Zeitbeschränkung. Ich kaufe jetzt mal so eine Muschel und ihr seht, die hat eine Zeitbeschränkung von 30 Minuten. Heißt, nach 30 Minuten ist die weg. Es gibt Items, die haben 5 Minuten Zeitbeschränkung, es gibt Items, die haben eine Stunde Zeitbeschränkung. Manchmal wird es knapp, ihr müsst euch hier echt schicken. Also solltet ihr schauen, dass ihr dieses Seepferdchen habt oder ihr könnt die Fluginstanzen auch immer über Wasser machen und dann nach unten schwimmen. Das funktioniert auch, ja. Diese Möglichkeiten habt ihr. Ja gut, ich brauche den Käse jetzt nicht mehr, ich bin fertig. So, ich würde sagen, wir steigen jetzt an der Stelle mal ein und fangen mit dem allerersten an. Für das allererste brauchen wir erstmal 500 von den Muscheln, die kaufen wir und dann schwimmen wir quasi zum ersten, nächsten Händler. Und zwar müsst ihr jetzt in die abysischen Tiefen auf die Koordinaten 38, 77 und dort müsst ihr jetzt einen astralen Fisch finden. Der ist nämlich nicht ganz unten am Boden. Ich habe das nochmal kurz an der Karte gesehen, sondern der ist hier so ein bisschen weiter oben. Und zwar da haben wir den guten. Und ja, hier unten befindet er sich. Und bei dem müssen wir jetzt unsere 500 Muscheln eintauschen gegen diese Heizzähne. Und zwar brauchen wir da jetzt 100 Heizzähne. Und sobald wir die eingetauscht haben, können wir uns eigentlich auch schon weiter zum nächsten Händler begeben. Und zwar in die schimmernden Weite. Das ist quasi das Gebiet einmal nebendran. Und dort haben wir diesen Rochen hier auf den Koordinaten 53, 22. Und dort müssen wir hier das jetzt gegen diese Larven eintauschen. Und zwar müssen wir da insgesamt 50 von diesen Larven einmal einkaufen. Ja, und ihr seht schon, den könnte man auch von oben anfliegen. Also es bleibt sich jetzt gleich, ob ihr von unten ran schwimmt oder ob ihr nach dem anderen Mob nach oben schwimmt. Und dann fliegt, je nachdem ob ihr ein Seepferdchen habt oder als Truitt so eine Reisegestalt. Sobald wir die 50 Larven eingetauscht haben, müssen wir weiter in der schimmernden Weiten. Jetzt zu den Koordinaten 69, 47, so rum. Und da müssen wir jetzt zu einem weißen Wal. Und zwar zu dem hier. Und dieser, ja, müsst ihr quasi jetzt auch wieder Items eintauschen. Und zwar brauchen wir jetzt hier 250 von diesen Fischen. Und die können wir mit den Items, die wir eben gerade eingetauscht haben, auch wiederholen. Weil wir kriegen gleich 5, ne. 5 mal 50 sind 250. Die tüten wir auch ein. Und dann müssen wir wieder zurück in die abysischen Tiefen. Und zwar auf die Koordinaten 65, 42. Und dort müssen wir dann hier uns bei dem Fisch hier ganz unten Krabben holen. Und zwar insgesamt 10 Stück. Und sobald wir das gemacht haben, müssen wir in das dritte Gebiet rüber. Und zwar den Tang-Tare-Wald. Und in den Tang-Tare-Wald müssen wir auf die Koordinaten 60, 59. Und dort befindet sich dann ein Mob, wo wir unser quasi letztes Item holen. Und zwar dieser Hai hier. Und das grüne Item links oben, das müssen wir jetzt einmal besorgen. Und davon holen wir jetzt eine ganze Menge, und zwar 50 Stück. Sobald wir die eingetütet haben, sind wir mit dem ersten Unterteil vom ersten Item soweit fertig. Und müssen wieder zurück zu unserem kleinen Merlock hier. Und zwar steht er, wie wir ja vorhin schon gesehen haben, in den schimmernden Weiten auf den Koordinaten 44, 20. Hier kaufen wir wieder 80 von unseren quasi Muscheln und fliegen wieder zum nächsten Händler weiter. Wir müssen immer wieder neue Muscheln holen, weil die ja sonst auslaufen würden, weil wir wissen, die haben ja einen Timer drauf. Wir sind hier wieder in den Tiefen und schwimmen zu den Koordinaten 65, 42. Und dort haben wir vorher ja schon diesen Fiji gehabt, den hatten wir schon als Händler. Und hier besorgen wir diesmal das linke Item. Und zwar unten links, dafür brauchen wir nämlich insgesamt 40 pro und kaufen zwei Stück. Sobald wir das haben, schwimmen wir zum dritten Händler, auch in den absolutischen Tiefen. Und zwar ist er auf den Koordinaten 45, 17. Und der ist nicht hier oben irgendwo, wo ich erst gedacht habe, sondern man muss da ganz, ganz nach unten schwimmen. Und dort haben wir wieder so einen kleinen Fisch. Und bei dem tauschen wir die Augen, die wir, naja, müssen wir jetzt erstmal unsere zwei Items hier gegen diese Augen tauschen. Und haben dann insgesamt vier Augen. Und mit diesen vier Augen machen wir uns dann wieder auf den Weg. Und zwar müssen wir jetzt auf die Koordinaten 38, 77 auch in den Tiefen. Und das ist nämlich der Händler, den wir auch schon hatten. Diese komische Schlange, den hatten wir vorher auch schon. Und jetzt nehmen wir unsere Augen und kaufen quasi hier so eine Flosse. Eine Flosse brauchen wir. Und mit der Flosse machen wir uns jetzt wieder auf den Weg zum nächsten Händler. Und zwar müssen wir jetzt wieder rüber in die schimmernden Walten. Und dort haben wir so einen kleinen Fisch, der schwimmt auch immer wieder weg. Der ist ein bisschen eine Bitch. Also später werdet ihr noch eure Freude haben. Jetzt müssen wir nur ein einziges Item kaufen. Und zwar, ja, hier so eine Schuppe quasi. Und wenn wir diese haben, das sind nämlich drei Schuppen, die müssen wir dann mitnehmen und wieder zum nächsten Händler, zu dem Rochen. Den hatten wir auch schon. Der ist auch in den Weiten. Und zwar auf den Koordinaten 53, 22. Und dort können wir hier dieses grüne Item einmal kaufen, diesen Plankton. Und wenn wir das haben, plus unser anderes grünes Item, was wir vorhin schon uns besorgt haben, diesen Glitter, dann können wir uns hier dieses erste blaue Item kaufen, beziehungsweise fünf davon. Und, ja, das ist das erste von drei Unter-Items, die, ja, für unser Monokel hier gebraucht werden. Also, sprich, müssen wir jetzt nochmal zwei weitere Teile, die genauso sind, etwa wie dieses hier durchziehen. Es ist nicht ganz so lang wie das erste Unter-Item. Für das nächste Unter-Item müssen wir erstmal wieder zurück zu unserem kleinen Murdoch hier auf dem Turm. Und zwar müssen wir 300 Muscheln kaufen. Mit diesen 300 Muscheln bewaffnet gehen wir zurück in den Tangern-Wald. Und zwar dort auf die Koordinaten 60, 59, zu dem Netchen Hai, den wir schon kennen. Und dort nehmen wir unsere 300 Muscheln und kaufen dieses Item. Und zwar insgesamt 30 Stück brauchen wir. Und sobald wir diese 30 Dinger haben, müssen wir wieder in die psychischen Tiefen zurück. Und zwar auf die Koordinaten 15, 82, zu diesem Schücken Orca hier. Und dort tauschen wir unsere, ja, unsere 30 Items quasi zu anderen 30 um. Und zwar diese auch wieder hier unten rechts. Und sobald wir diese haben, gehen wir weiter in den Abwiesentiefen zu den Koordinaten 38, 77. Und zwar kennen wir den nächsten NPC schon. Das ist hier, ja, den wir vorher schon hatten, diese schöne Schlange hier. Und dort kaufen wir jetzt drei von diesen Muscheln. Und mit diesen drei Muscheln gehen wir jetzt zum letzten Mob, und zwar zu dem kleinen Karpfen, den wir ja auch schon hatten. Der war hier unten, da hatte ich mich ja erst am Anfang verwirrt. Und dort kaufen wir jetzt dieses grüne Item hier rechts oben. Und zwar insgesamt fünf, beziehungsweise, ja, wir können sogar sechs kaufen, weil wir ein bisschen drüber sind. Und das ist eins von den Items, wo wir hier fürs Monokel brauchen. Jetzt haben wir das blaue und das grüne hier. Und ja, sprich, dieser zweite Unterpart war jetzt wesentlich kürzer als der erste. Und dann können wir eigentlich auch gleich den nächsten Unterpart machen. Wir brauchen nämlich jetzt 1500 Muscheln, wieder vom Merlock. Und dann gehen wir nämlich zu dem Hai hier, oder diesem Walhai, auf den Koordinaten 69, 47. Und wir kaufen jetzt von unseren 1500 Muscheln, die wir vom Merlock vorher haben, 300 von diesen Items. Dann gehen wir wieder zu dem Hai in Tanangenwald, auf den Koordinaten 60, 59. Und kaufen hier 100 von den Schuppen, für unsere 300 anderen Items. Und ja, sobald wir das gemacht haben, müssen wir wieder zurück in die schimmernden Walten. Und zwar hier ganz nach unten, Koordinaten 53, 88. Und jetzt haben wir diesen Bitchy-Fisch, der schwimmt nämlich immer weg. Man klickt ihn an, will diese, die Items kaufen, der schwimmt weg. Klickt ihn an, will die Items kaufen, oben rechts brauchen wir übrigens, ne, also diese Schuppen. Und ja, das ist ein bisschen tricky, man muss eigentlich gleichzeitig mit ihm mitschwimmen, dass man die kriegt. Vorhin hatten wir nur ein Item gebraucht, jetzt brauchen wir quasi 20 mal diese Schuppen. Und diese Schuppen hier, die können wir jetzt beim letzten Mob abgeben, und zwar wieder in den Tiefen drüben. Koordinaten 15, 82, hier dieser Orca. Und da kaufen wir dann 5 mal das grüne Item. Das hier, das ist nämlich das letzte, was wir brauchen tatsächlich. Jetzt haben wir das blaue und die 2 grünen Items. Und die können wir jetzt wiederum bei unserem kleinen Merlock hier umtauschen. Gegen unser Monokel, wenn die anderen Spieler es zulassen. Das können wir kaufen, einmal annehmen, drücken und ja, wir sind durch. Wir haben dieses scheiß Monokel. Ich hoffe jetzt, dass der, dass das hier einigermaßen übersichtlich war. Falls ihr Schwierigkeiten habt, ich muss schauen, dass es auch einigermaßen schnell ist, dass das Video nicht 5 Stunden lang wird, weil das ist erst der allererste Teil. Könnt ihr auf VRW-Head nochmal gucken. Da gibt es einen kompletten schriftlichen Guide mit auch Chord-Makros. Das verlinke ich euch auf jeden Fall. Da könnt ihr euch die Makros rauskopieren. Habt es auch ein bisschen einfacher, um die einzelnen Punkte zu kriegen. Ja, das war es soweit mit dem ersten Monokel und zwar mit dem roten. Dann kommen wir jetzt zum zweiten und zwar zum gelben Monokel. Und zwar müssen wir da jetzt als allererstes einmal nach Uldum gehen. Da haben wir sowohl als Hordler als auch als Allianzler, sowohl in SW als auch in Ugrima ein Portal, wo wir uns direkt hinporten können. Und jetzt müssen wir einmal in die ersten Stunts und zwar die Hallen des Ursprungs. Und dort müssen wir einfach einmal ganz normal durchlaufen, rechts halten und den ersten Boss umhauen. Es ist von Vorteil, wenn man ihn one-shottet, sonst löst er so ein Event aus und das ist ein bisschen nervig. Also schaut, dass ihr an der besten weg one-shottet. Und sobald ihr den ersten Boss gekillt habt, lauft ihr Richtung Aufzug. Geht nicht nach rechts, nicht nach links zu irgendwelchen Bossen, sondern der Aufzug ist quasi hier unser Ziel. Denn wir fahren auch nicht hoch, sondern wir müssen auf so eine Orb drücken, die unten im Aufzug ist. Und zwar kann man die von oben aus schon drücken. Und zwar ist die hier. Einmal drauf drücken und jetzt seht ihr, dass da unten einiges passiert. Wir haben da nämlich jetzt einen Haufen so Kristalle, die aufleuchten in ganz verschiedenen Farben. Da sind rote, orange, grüne und dementsprechend auch so lila noch unterwegs. Und wir müssen da ein kleines Minigame spielen, da unten. Wir müssen das aber hier nicht durch die Decke machen, sondern wir können da einmal runterlaufen. Wir haben da auch verschiedene Geschichten, wo man das Zeug verstellen kann, wo ich jetzt gleich nochmal zukomme. Wie kommen wir da runter? Wir laufen einfach geradeaus weiter, wie ihr seht. Und dort haben wir hier rechts so eine Tür und ja, da können wir einfach runterlaufen und kommen quasi in unser großes Spielzimmer. Und dort können wir dementsprechend dann mit dem Game anfangen. Ich empfehle euch, ein Add-on für zu holen. Und zwar ist das Heathmind HOO Puzzle Helper. Da könnt ihr das Ganze ein wenig vereinfachen. Ich, ja, ihr seht es gerade, ich habe jetzt diesen Twitch-Client offen, beziehungsweise damals den Curse-Client hieß das. Darüber könnt ihr direkt Add-ons holen, beziehungsweise einfach auf Curse oder anderen Seiten, denke ich mal, müsst ihr es auch finden. Also spricht das hier ganz unten, Heathmind HOO Puzzle Helper. Das Add-on holen ist auf jeden Fall eine große Hilfe. So, wie funktioniert das Spielchen grundsätzlich? Wir müssen schauen, dass wir gleich in diesem Feld hinter uns hier, oder vor uns, alle Leuchte-Dinger in, ja, zur gleichen Farbe kriegen. Und da können wir so Sachen umdrehen. Wir haben hier nämlich verschiedene so Pillar, die wir anklicken können und die können wir umdrehen. Da können wir jetzt selber rumprobieren. Oder wir machen das mit dem Add-on. Das Add-on ist dieses Feld, was ich oben links offen habe, wo wir einfach quasi dieses komplette Feld einmal so, wie es bei uns ist, das ist nämlich bei jedem Random anders, eintragen können. Und das funktioniert folgendermaßen. Man läuft es halt einfach ab und trägt halt die Farben. Unten seht ihr, haben wir Rot, Grün, Gelb und Lila. Und diese drei verschiedenen anklickbaren Items, diesen Kreis, das X und das Plus quasi. Und ich habe mich jetzt entschieden, das mit diesem Add-on zu machen. Heißt, man läuft es jetzt hier ab, wie ihr seht, und ich trage das ganze Zeugel ein. Und das über das ganze Feld. Das dauert relativ lang. Ich kann euch aber empfehlen, das so zu machen. Ich habe von anderen gehört, dass die hier ohne das Add-on 2-3 Stunden dran war und mit dem Add-on quasi das Schnelle hatten. Weil wenn man das jetzt einmal in dem Add-on eingetragen hat, was auch lang dauert, 10, 15, 20 Minuten, trägt man auch im Add-on das Zeug ein, je nachdem, wie schnell man ist. Und dann kann man das Add-on aber quasi das Rätsel lösen lassen und sich einen Vorschlag machen. Und so sieht es aus, wenn man quasi alles eingetragen hat. Ihr mögt dann beim Gesicht sehen, dass ich ein wenig fertiger bin. Also da hatte ich echt Kopfschmerzen danach, nachdem ich das alles eingetragen habe. Und wenn man das nämlich jetzt alles fertig hat, dann kann man hier auf Go drücken. Und dann seht ihr, es wird alles gelb. Und jetzt sieht man, dass man hier graue Felder mit Zahlen drin hat oder mit leeren, quasi keine Zahlen. Und das sind die Felder, wo man Click-Items hat. Das sind dann diese Dinger, wo ein X ist, ein O oder ein Plus. Und die Anzahl an Zahlen, das ist so ein bisschen Mindsweeper-mäßig, muss man draufdrücken. Bei einer 1 muss man einmal draufdrücken. Bei einem grauen Feld, wo nichts drinsteht, 0 mal. Bei einem 2, 2 mal. Bei einem 3, 3 mal draufklicken. Man läuft das jetzt quasi ab. Und jetzt habe ich hier eine 1, da muss ich einmal draufdrücken. Da muss ich auch einmal draufdrücken. Und so weiter geht das. Also quasi berechnet es das für einen halt so ein bisschen durch. Das macht das ein bisschen einfacher. Und im Endeffekt ist dann das Ziel, dass man hier das komplette Feld gecleared hat und es eine Farbe hat. So, ich habe das Ganze gemacht und hatte das dann auch trotz diesem Add-on verkackt, weil ich zu unkonzentriert war, zu gimpig. Ich habe es aber danach noch gesolved und mir wurde gesagt, als ich mich dann gefreut habe, das soll ich mit ins Video reinschneiden. Deswegen packe ich das jetzt mit rein in der Aufnahme, quasi in dem Endding, erkläre ich auch nochmal, wie das Zeug funktioniert, weil ich da auch gecheckt habe, wie das Ganze geht. Du musst alles zu einer Farbe kriegen. Ich habe jetzt nur ein paar kleine Fehler drin. Warte mal. Also ich habe jetzt zwei, warte mal Leute, ich habe zwei Möglichkeiten. Wenn dann, ich trage jetzt alles ein, nochmal. Und ich kann ja fast überall Gold, es sind nur ganz wenige, die falsch sind. Hier ist zum Beispiel eins falsch. Soll ich da jetzt einfach mal ein bisschen rumdrücken? Ah, schau mal, ich habe gedrückt und jetzt sind auch alle gelb. Nice, den Fehler habe ich schon mal behoben. Seht ihr das? Boah, ich bin so ein König. Ich habe das System verstanden. Weil, was ich jetzt geblickt habe, diese Kreise, die tun alle außenrum ändern, die Farbe. Das tun sie quasi in die Richtungen und die Xe tun es halt quer machen. Das ist halt eigentlich gar nicht so kompliziert. Vielleicht bin ich jetzt so gut, dass ich das jetzt hinkriege. Vielleicht bin ich echt ein King in dem Ding. Warte. Moment, ich bin so ein König. Ich kriege das... Seht ihr das? Ich habe es drauf. Okay, wir sind jetzt kurz vorm Ding. Also den Mist habe ich auch gefixt. Das sieht auch gut aus. Nice, 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 nice. Ich kriege es jetzt noch hin. Ich kriege es jetzt noch hin, es nicht zu verkacken, ja? Warte mal, aber wenn ich jetzt hier drücke, das tut doch bestimmt nur bis dahin das Ändern, oder? Ja, ich habe das geblickt. Okay, wunderbar. Nice. Aha, aha. Schau mal, ich bin doch nicht so blöd, wie ich aussehe. Gut, okay. Jetzt haben wir es dann gleich. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Jetzt sind die 30 Sekunden Enthusiasmus rein, ja? Ich bin gerade am überlegen, ob ich das mit rein spatele. Oder den Abschnitt. Ich habe es. Okay. Okay, die haben gesagt, man darf auf keinen Fall den Strahl anklicken, sondern muss die Kiste anklicken, ne? Unten ist immer besser. Ich habe das Monokel. Bitches. Bitches. Okay, jetzt setz. Yes. Ja, dann noch zwei kleine Hinweise für dieses Monokel. Und zwar kann man, sobald man das gelöst hat, auch andere noch einladen. Ich habe jetzt hier nochmal eine Gruppe aufgemacht, habe ein paar Leute von mir aus dem Stream noch mit eingeladen. Die können dann einfach reinlaufen und auch die Kiste loot. Man hat aber nicht so viel Zeit, so fünf bis zehn Minuten haben die Leute Zeit, um quasi dann auch zu reinzulaufen. Das Rätsel ist gelöst. Sie können quasi einfach die Kiste und das Monokel lösen und haben null Aufwand, ja? Muss sich halt ein bisschen beeilen. Was man nicht machen darf, in der Mitte auf die Lichtsäule drücken, weil damit resetet man das Rätsel. Und dann kann man den ganzen Spaß von vorne machen. Wenn man zwischendrin mal total versagt hat, könnte man es theoretisch auch resetten. Aber ob man das will, naja, ist jetzt mal dahingestellt. Ja, dann kommen wir zum nächsten Monokel. Und zwar ist das jetzt das grüne Monokel. Und dafür müssen wir erst in eine Instanz, und zwar Skyreach. Hier, das ist die Instanz im Spitzen von Arak in Draenor. Dort einmal rein, wenn ihr einen Challenge-Mode-Port habt, könnt ihr euch direkt hinporten. Das war bei mir ganz bequem. Und wir laufen jetzt erstmal einmal die komplette Instanz hoch, also sprich einmal komplett durch bis zum Endboss. Und zwar müssen wir nämlich hinterm Endboss auf eine kleine Konsole drücken und mit dieser Konsole interagieren. Das hier ist wirklich mit Abstand das aller, allerschnellste Monokel, weil ihr, ja, sobald ihr die Instanz durch seid und an dieser Plattform seid, beziehungsweise an dieser kleinen Konsole, eigentlich nicht mehr sonderlich viel machen müsst. Also wir drücken jetzt hier einmal auf die Konsole drauf und wir müssen in die Mitte drücken. Ja, genau, hier, ich habe es erst vergimmt. Und dort haben wir ein Licht und wir haben quasi vier Boppel, einmal oben, unten, rechts und links. Und die müssen wir quasi betätigen und können damit den Boppel steuern und müssen den richtigen Code eingeben. Und der richtige Code ist einmal rechts. Dann müssen wir einmal nach quasi oben drücken. Das ist dann das Zweite, was wir machen müssen. Ihr müsst ein bisschen ranlaufen, haben wir gerade gesehen. Sobald wir es haben, müssen wir einmal nach unten drücken, also den unteren Boppel. Dann drücken wir wieder den oberen Boppel. Genau, also hier oben einmal. Dann drücken wir rechts. Dann drücken wir nochmal rechts. Dann drücken wir hoch. Dann einmal links. Dann nach unten. Dann wieder nach oben. Dann wieder links. Und dann wieder nach unten. Und das war es schon. Und wir können quasi die Kiste looten. Und ja, in der Kiste ist ein Monokel drin und das war es. Mehr ist es nicht. Also es ist geradezu ein Witz im Gegensatz zu den anderen Rätseln. Und wenn ihr das mit mehreren Spielern machen wollt und einer nachkommt, dann würde ich raten, dass der, der quasi als letztes nachkommt, das grüne Monokel holt, weil dafür muss man echt nichts können. Ja, das war es dann auch schon. Und dann würde ich sagen, schauen wir gleich zum nächsten weiter. So, dann kommen wir zum blauen und letzten Monokel. Und zwar müssen wir das allererste Jahr direkt hinter, in Shatra, hinter dem Troll auf dem Tisch aufmachen. Und das Zweite, was ich euch jetzt zeigen will, das Erste hatte ich euch schon gezeigt, ist im Hochberg bei den Koordinaten 57, 27 hier unten. Und zwar habt ihr gerade gesehen, ist es hier, ja, bei der Wertendame einmal in dem Zelt drin und dann hier auf den Kisten. Und ihr habt auch nochmal mit dem Makro hier checkt, ob ich quasi das auch aufgemacht habe. Man muss das in der richtigen Reihenfolge machen. Und ihr seht, da sind zwei schon mal gemarkt als abgeschlossen. Und jetzt gehen wir zum dritten. Und zwar müsst ihr in das alte Karasan rein. Also sprich, nicht den Hintereingang, sondern den Fronteingang in das alte Karasan rein. Dann am Schach-Event ganz nah oben durch. Ich hatte hier den Vorteil, dass ein anderer Spieler aus der Gruppe schon unten die Bosse gemacht hat und dass ich direkt hoch konnte. Und jetzt laufen wir halt einmal hier Tutti Kompletti durch Karadou. Übrigens, das Makro werde ich euch unten in die Infobox reinhauen, wo ihr es checken könnt, beziehungsweise ich verlinke euch ja eh den WoW-Head-Komplett-Guide. Und da ist es dann auch nochmal einmal mit drin. Und ihr könnt es quasi da einmal auch rausholen. So, also wir müssen einmal komplett durch Karasan durch. Und zwar bis zum Schach-Event. Und ja, ich war hier auch schon das eine oder andere Mal nicht mehr. Deswegen habe ich mich jetzt auch hier ein bisschen verlaufen. Ich hoffe, es ist ein bisschen ersichtlich. Man muss nämlich hier durch die Tür durch. Und jetzt sind wir hier beim Schach-Event. Und ab dem Zeitpunkt wird es interessant. Denn wir laufen nicht rechts, sondern wir laufen nämlich hier links. Und zwar sind es die Gemächer von Medivh. Und hier müssen wir jetzt ein bisschen durchlaufen. Und zwar müssen wir jetzt hier so lang weiterlaufen, bis wir in sein Schlafzimmer kommen. Und zwar ist das der Raum mit dem Bett, der jetzt dann eigentlich gleich dahinter kommen müsste. Genau, hier haben wir das Bett. Und in den Raum müssen wir einmal rein. Und zwar müssen wir jetzt einen Stuhl und einen Schreibtisch suchen. Das hier ist er nicht. Das ist nur der Schreibtisch. Sondern einmal da drüben steht ein Stuhl und ein Schreibtisch. Und auf dem Stuhl ist der nächste Zettel drauf. Und den klicken wir an. Und ja, haben dann quasi den dritten. Wir können jetzt quasi wieder unser Makro auch drücken, schauen. Okay, zack, jetzt haben wir hier drei angemarkt. Und können quasi jetzt, ja, uns zum nächsten begeben. Und zwar müssen wir jetzt in eine weitere Instanz rein. Und zwar jetzt keine Raid-Instanz mehr, sondern eine Fünfer-Instanz. Und zwar Kral der Klingenhauer ist das. Ne, Hügel der Klingenhauer hier. Da unten, da ist der Eingang. Ich habe ihn erst auch nicht gefunden, weil ich da jetzt ewig nicht mehr so hingeflogen bin. Da gehst du ja nur noch über das Dungeon-Tool rein. Und hier müssen wir einmal rein und die ganze Instanz laufen. Kleiner Tipp, lauft nicht nach rechts. Ich habe es probiert. Und da ist die Grütze und die bringt euch auch mit 120 an. Die macht prozentualen Schaden. Und zwar ein Drittel vom Live jede Sekunde weg. Das überlebt ihr nicht. Ja, was tankt mit allen Dev-CDs? Vergiss es. Du stirbst trotzdem. Du musst die ganze Kack-Instanz machen. Bis zum Endboss hoch. Und hier oben liegt dann der nächste Brief direkt an der Kiste dran. Kann man eigentlich nicht übersehen. Den einfach anklicken. Wieder schön Makro testen. Zack, ja, aufgesammelt. Zack, weiter. Und ja, jetzt gehen wir zum nächsten. Und zwar einmal in den Hial. Hial, und zwar da auf den Koordinaten 44, 47. Da müssen wir zu dem Harpien-Schrein quasi, zu dem Baum. Übrigens, wenn man Druid ist, ist es angenehm. Über den Traumpfad kann man überall extrem schnell hin. Als andere Klasse muss man halt wesentlich länger fliegen. Also Druid ist hier echt super duper. Schon auch bei dem roten Monokel für die Schwimmgestalt. Das macht auch viel aus. So, jetzt sind wir bei diesem Avianer oder wie die heißt, die Harpien-Göttin da. Und hier müssen wir quasi nicht unten rein. Hier nochmal die Map. Wir müssen nämlich einmal ganz nach oben in das, ja, quasi in den obersten Bereich hier. Und dort haben wir quasi in dem Gebäude den nächsten Zettel. Und zwar ganz hinten am Tisch. Hier haben wir ihn. Den einmal anklicken. Und dann haben wir wieder eins mehr abgeschlossen. Wieder über das Makro checken. Ja, passt. Und jetzt geht es einmal nach Nordend von Dalaran aus hier Richtung Eiskrone. Und da diese erste Welle, die wir hier haben. Da haben wir in der Mitte hier so eine Ausbuchtung. Und dort haben wir einen Brief. Und zwar liegt der da oben drauf. Hier seht ihr es nochmal. Die Koordinaten sind 70, 73. Das einfach anklicken. Und ja, wir haben das nächste. Dann müssen wir einmal zum Niu-Zao-Tempel. Und zwar auf den Koordinaten 37, 63 in der Tonglong-Steppe ist das. Und hier hinten bei dieser rechten Glocke, ja, da haben wir einmal dieses Ding, was wir für ein anderes Achievement brauchen. Und hier unten am Dings liegt der Brief dran. Ihr habt da wenig kurz drüber gefahren. Da müssen wir nämlich draufdrücken. Da haben wir das Teil, ja. Das müssen wir einmal anklicken. Hier nochmal Niu-Zao-Tempel. Da unten ist das Ding. Und da einmal anklicken. Dann haben wir quasi das Vorletzte. Und jetzt gehen wir zum Letzten. Und zwar ist das auf dem Nexus ganz, ganz oben drauf. Nicht in der Instanz, sondern im Außenbereich. Und das ist dann bei den Koordinaten 27, 27. Und ja, dann sind wir auch schon einmal Tutti Kompletti durch. Und haben unser grünes, ne, was hatte ich gesagt? Jetzt vertausche ich gerade, blaues Monokel, so rum. Das ist das allerletzte. Und sobald wir alle haben, beziehungsweise ihr auch eine Gruppe habt, könnt ihr dann bei dem Group-Teil gleich weitermachen. So, dann kommen wir zum Group-Teil in Suroma. Und zwar seht ihr hier jetzt schon mal die Laser-Barriere in einem Haus in Suroma, das wir ja aussuchen müssen und diese Laser-Barriere quasi senken müssen. Und das machen wir, indem wir diese vier Herren auf 0 HP hauen. Die fangen dann im ganz kurzen Cast an und jeder steht für eine andere Farbe. Wenn wir alle gleichzeitig casten, geht diese Barriere weg. Hier habe ich nochmal die Map aufgezeigt. Lila in der Mitte ist quasi das Haus. Dann grün ist links der Mob. Gelb ist unten, der blau ist der oben und rot ist der rechts. Und die muss man quasi dann alle einmal rumhauen. Wie geht das? Ich bin jetzt hier gerade beim einen, habe hier das richtige Monokel. Wenn ich das hier anlege, dann wird der Mob auf einmal angreifbar und ich kann ihn runterhitten. Und das müssen quasi vier Spieler gleichzeitig machen. Ich mache jetzt den Part, wo ich ins Haus gehe. Das ist hier in der Mitte. Hier habt ihr gerade auf der Map gesehen. Da gehen wir einmal in das Haus rein und kommen dann ganz oben hier bei dieser Barriere an. Da sind auch schon viele andere Spieler. Und jetzt muss man sich am besten im Voice absprechen, dass alle quasi das gleichzeitig die Mobs runterhauen. Jeder muss halt seinen Monokel quasi anziehen. Quasi beim grünen Mob das grüne Monokel, der beim roten das rote und so weiter. Sobald wir hier im Raum sind, müssen wir mal gucken, dass wir ein Item finden. Und zwar ist das Item ein Toy und das liegt hier unter den Kissen. Und zwar muss er sich so umdrehen. Man kann es nur anklicken, wenn man sich so hindreht. Und da seht ihr es, das muss ich anklicken und jetzt werde ich rausgeportet. Und jetzt ist ganz wichtig, dass wir die Damagezahl angucken, was ich für einen Schaden gekriegt habe. Weil die Damagezahl, die ich beim Anklicken des Toys bekommen habe, ist ein Code, den wir jetzt brauchen. Und nur mit diesem Code können wir weitermachen. Wer hat sich das einfallen lassen, ich weiß es nicht. Und zwar müsst ihr dann am besten, wenn ihr es gesehen habt, wie viel Schaden ihr gekriegt habt. Oder ihr schaut bei euch im Kampflog. Das könnt ihr im Chat machen, einfach im Kampflog reinschauen. Und ich habe hier 46.040 Damage gekriegt. Also das ist mein Code 46040. Und mit diesem Code bewaffnet, schnappt man sich jetzt alle Gruppenmitglieder und geht in eine Instanz. Und zwar hier auch in Suroma, die heißt Court of Stars. Die kennt vielleicht der eine oder andere noch, hier bei diesem komischen Pier. Und da müssen wir einmal reinlaufen. Und wir müssen jetzt einfach die Instanz bis zum vorletzten Boss einmal durchspielen. Also sprich zu diesem Council-Boss, wo man diese Mobs wegziehen muss. Und hier vor dem Council-Boss rechts daneben befindet sich ein Hütchen, wo verschiedene Katzen drin sind. Und in diesem Katzenhütchen haben wir die Katzen hier schon gemarkt. Die müssen wir in einer bestimmten Reihenfolge streicheln quasi. Das erste Pad ist hier Totenkopf, x ist das zweite, orange ist das dritte, grün ist das vierte und gelb ist, glaube ich, das fünfte Pad. Ich hoffe, ich sage es jetzt nicht falsch rum. Und wir haben jetzt quasi hier unseren Code. Also die 46040 und quasi die 4 ist das Totenkopf, muss man viermal streicheln. x ist das zweite, muss sechsmal gestreichelt werden. x ist das dritte, war eine Null, also nullmal, grün war wieder eine 4, viermal und gelb ist wieder eine Null, also nullmal. Und die kriegen einen Stack, der bleibt nur ganz, ganz kurz drauf, wenn man die anfängt zu streicheln. Also da muss man echt schnell sein. Deswegen, der mit der höchsten Zahl fängt an, streichelt halt schon mal zweimal vor. Und die müssen alle drei oder alle Pads müssen die richtige Anzahl an Stacks drauf haben, in dem Moment, wo man quasi die Stackzahl erreicht. Und ihr seht, wir haben es jetzt hier gerade gepackt. Und dann fangen die Katzen an, so hier wild rumzulaufen und die öffnen ein Portal. Der Code ist immer anders. Es kann bei euch auch sein, dass es 11111 ist oder 12345. Ja, wie der Code ist, ist random. Ja, und den müsst ihr quasi an den Katzen eingeben. Und wenn ihr den random Code hier eingegeben habt, dann werdet ihr hier reingeportet in nochmal einen extra Bereich. Und in diesem extra Bereich geht dann die, ja, der ganze Spaß quasi so richtig weiter. Um das zweite nochmal zusammenzufassen, Barriere aufkriegen, indem die vier anderen Leute mit den richtigen Monokleern, den richtigen Mobs stehen, die ich vorhin auf der Map gezeigt habe. Dann zusätzlich nochmal dieses Toy-Item anklicken. Wenn ihr das Toy-Item angeklickt habt, kriegt ihr einen Damage-Wert, Court of Stars rein, zum Katzengebäude in der Instanz. Und in der Instanz dann den Code an den Katzen eingeben. Könnt ihr auch nochmal auf www.head schauen, dann steht das nochmal ein bisschen ausführlicher. Aber soweit jetzt zu dem Teil. So, jetzt sind wir hier drin und müssen quasi unser Plattform-Spielchen spielen. Nein. Wir müssen nämlich alle fünf Spieler auf die andere Seite kriegen. Wir kommen hier nur drüber, rechts und links ist so eine Barriere, wir kommen hier quasi nur mittig drüber. Wie funktioniert das Ganze? Wir haben hier vorne eine Plattform und da kann ein Spieler draufsteigen und es erscheint dann eine weitere Plattform. Und es läuft quasi so, dass dann auch ein weiterer Spieler wieder auf eine andere Plattform kann. Und je nachdem, wie man läuft, erscheinen mehr Plattformen. Man muss quasi hier richtig laufen, dass man die Plattformen so spawnen lässt, dass man dementsprechend immer die an den richtigen Stellen kriegt. Also manchmal gibt es nur eine Möglichkeit, aber es gibt oftmals dann im späteren Verlauf viele Möglichkeiten. Und man kann dann Plattformen spawnen lassen. Und ihr seht, es verschwinden aber auch immer wieder Plattformen. Und man muss halt hier die richtige Kombination laufen, um dementsprechend alle Spieler rüberzukriegen. Es ist nicht ganz so leicht, ich habe mich jetzt am Anfang mal hier entschieden, einfach random rumzuklicken. Das kann man machen, führt aber nicht zu einem schnellen Ergebnis. Wir haben uns dann hier entschieden, ja quasi in einer fixen Order von einem schriftlichen Guide nachzulaufen. Und das hat auch bei uns zum Erfolg geführt. Das werde ich euch jetzt einfach mal einblenden, dann könnt ihr das einfach ganz normal weiterspielen, so wie wir es quasi da einmal nachgebastelt hatten. Dann machen wir es so, dass wir uns wieder marken, also dann mache ich die Nummer 1. Hier, Worry ist dann X, ist Nummer 2. Dann unser Parler ist dann Nummer 3. Hier, dann machst du Nummer 4. Und dann haben wir hier, Grün ist Nummer 5. Also dann sind quasi die Dings. So, und ich bin quasi 1 und fange an und gehe erstmal auf das erste Ding drauf, ne? Und dann steht... Ich bin eigentlich 4, oder was? Warte, ich glaube, Tiller muss noch einen nach vorne. Ja, ich muss noch einen nach vorne, warte, ihr dürft jetzt noch nicht, ich muss jetzt noch einen nach vorne laufen, genau. Dann Nummer 2. Bin schon einmal drauf. Vorwärts und Left. Also du musst jetzt eigentlich vorwärts und Left und dann nochmal vorwärts. Also du musst jetzt eigentlich eigentlich... Das heißt da hin. Genau, da hin. Dann der dritte Spieler... Ne, dann muss ich wieder eins nach vorne sogar anscheinend. Spieler 1, nochmal vorwärts. Ja. Dann kommt Spieler 3 in die Dings rein. So, vorwärts. Ach, jetzt war ich das mit vorwärts. Vorwärts und dann musst du... Und nochmal rechts. Okay. Jetzt kommt Spieler 4 mit drauf, einmal vorwärts auf das Ding. Spieler 4. Bin ich nicht? Äh, Jachmund, du bist es. Einmal drauf, genau. Ja. Und jetzt nach links steht hier. Genau. Dann kommt Spieler 5, also einmal einfach nur drauf und stehen bleiben. Dann kommt Spieler 2, der muss jetzt nach links. Dann kommt Spieler 4, der muss jetzt nach vorne. Dann kommt Spieler 2, der muss wieder nach links. Dann kommt Spieler 4, der muss nach links. Ja. Und dann nach vorne. Dann Spieler 2 muss nach vorne. Ja. Und nach links. Da steht er... Ah, doch, okay. Links, rechts, schweig. Dann Spieler 3 muss zurück. Okay. Ähm, dann Spieler 5, der muss jetzt ein bisschen mehr machen. Der muss nach vorne. Ja. Ähm, dann nach rechts. Nochmal nach rechts und nochmal nach rechts. Dann muss Spieler 3 nach vorne. Okay. Dann muss Spieler 5 nach vorne. Ähm, dann muss Spieler 1 nach rechts. Ach, das bin ja ich. Äh, Spieler 1 nach rechts und nach vorne. Ja, ich muss jetzt schon gar nicht moving mehr. Ähm, dann brauchen wir wieder Spieler 2, Spieler 3, 3. Ähm, zurück einmal. Okay. Dann musst du einmal nach, äh, vorne. Und dann nach rechts. Okay. Ähm, dann Spieler 1, das bin ich. Ich muss nach vorne einmal moving. Ähm, danach Spieler 4 auch einmal nach vorne moving. Ich glaube, du hast noch links vergessen bei dir, oder? Nee. Ach so, stimmt, ich muss noch nach links, ja. Ja, sorry, my bad. Jetzt, jetzt Spieler 2 quasi nach vorne. Äh. Nein, Spieler 4 nach vorne. 4. Spieler 4 nach vorne, ja. Ich bin jetzt nach vorne, ja. Ja, genau, passt, passt. Ich bin der Zeile verrutscht. Jetzt kommt Spieler 2, muss zurück und dann nach vorne. Zurück und dann nach vorne, habe ich. Ja. Okay, dann Spieler 5 nach vorne. Ja. Dann Spieler 2, äh, zurück. Mal zurück. Und wieder nach vorne. Vorne? Ja. Keine Ahnung, was das bringt. Dann Spieler 5 nach rechts. Ah, warte, sorry. Dann Spieler 3 nach vorne. Dann Spieler 1 nach vorne und dann rechts. Nach vorne und dann rechts. Dann Spieler 2 nach vorne und auch rechts. Hab ich. Dann Spieler 4 nach vorne und dann Spieler 2 nach links und dann nach vorne. Okay, dann Spieler 4 nach vorne. Ja. Dann Spieler 1 nach rechts und nach vorne. Dann Spieler 3 nach links. Ja. Dann Spieler 5 nach links. Dann Spieler 4 nach vorne. Dann Spieler 3 zweimal nach vorne. Eins. Zwei. Spieler 5 einmal nach vorne. Ja. Spieler 1 nach links. Spieler 4 nach rechts. Ja. Spieler 5 nach links. Spieler 2 nach vorne. Warte, warte, warte. 5 nach links oder was? 5 nach links, genau. 5 nach links. Okay, jetzt 2 nach vorne ist. 2 nach vorne. 4 nach vorne. Ja. 5 zweimal nach vorne. Ist. Dann kann jetzt 1 einmal nach vorne. Das bin ich. Dann kann 3 einmal nach links. Jawohl. Dann 5 einmal nach rechts und nach vorne. Ist. Dann 4 einmal nach vorne. Jawohl. Dann kann jetzt 1 einmal nach rechts. Dann 5 nach links. 1 nach vorne. 2 nach vorne. Ja. Dann 3. Jump off steht hier und leave the vehicle. Okay. Okay. 2. Verlassen. So, was jetzt? Ganz links. Dann schon. Ach so, jump. Ja, okay. Dann 3 far left platten. Ja, das heißt für mich die hier. Ja. Dann vorne. Okay. Und dann Spieler 2 nach vorne. Und dann Spieler 2 nach vorne. Hab ich. Spieler 3. 3 mal nach vorne. 1, 2, 3. Dann Spieler 2 zurück. Hab ich. Spieler 4 nach rechts. Ja. Spieler 5 nach vorne. Hab ich. Spieler 2 nach vorne. Ja. Nach rechts. Und nach vorne. Ja. Und Spieler 3. 4 mal nach vorne. 1, 2, 3 und 4. So, und jetzt sind wir alle vorne, oder? Sieht gut aus. Alle, alle, ja. Ich vermute, jetzt müssen wir das Ding wegdrücken, oder? Ich schätze ich. Blau platten wir mal mit unter uns. Ja, geht, geht. Ah. Ah, ja. Okay, das wird hier nicht gecuttet. Das kommt so ins Video, glaube ich. So ein Scheiß. Oh, wie krass. Das ist ein Screenshot wert. So, dann kommen wir jetzt zum letzten großen Rätsel. Danach kommt nicht mehr so viel. Und zwar, erstmal müssen wir die Tür anklicken. Wir waren da, glaube ich, irgendwie 20 Sekunden davor gestanden. Habs nicht geblickt. Und dann kommen wir jetzt hier in diesen Gang, wo diese Suppe am Boden ist. Da kann man nicht durchlaufen und wir sind zurückgeportet. Man hat hier diese fliegende Scheibe. Und auf diese fliegende Scheibe können zwei, beziehungsweise es kann einer bis drei Spieler drauf. Es müssen aber immer minimum zwei Spieler drauf sein, um rüber zu fliegen. Und maximal drei Spieler, ja. Das ist hier so ein bisschen wie dieses Rätsel mit der, was ist, Ziege, Wolf und Kohlkopf, wenn ihr das kennt. So läuft es etwa. Und zwar kriegt man verschiedene Rollen hier zugeteilt. Es sind nämlich bestimmte Leute kompatibel miteinander, können miteinander rüberfliegen und manche nicht. Und man muss rausfinden, welche miteinander kompatibel sind und welche nicht miteinander kompatibel sind. Das ist ein bisschen tricky. Wenn dann, dann merkt sich das oder schreibt sich das auf. Oder ein WoW-Head gibt es auch so eine ABC-Reihenfolge, die wir nicht angewendet haben. Wir haben das nicht so geblickt. Wir haben hier allgemein relativ lang rumgemacht, ja. Um ein bisschen zu checken, was zu tun ist. Wenn man hier, wenn man auf diese Scheibe draufklickt und manchmal ist es ein bisschen blöd, dann sieht man, jetzt sind wir gerade mit drei Spielern, das ist das maximal, was geht. Man fliegt hier in die Mitte von dieser Plattform. Und jetzt in der Mitte von der Plattform wird gecheckt, quasi, ob wir miteinander kompatibel sind oder ob wir miteinander nicht kompatibel sind. Gut, die Kombi ging nicht. Wir sind in der Mitte runtergeflogen. Die Plattform fliegt weiter. Jetzt müssen wir halt warten, bis sie wieder zurückkommt. Und sobald es wieder da ist, muss man eine andere Kombi ausprobieren. Am Anfang bietet sich das an, erstmal zu gucken, mit zwei Spielern rüberzukommen und dann zu gucken, welche Leute schon mal miteinander gehen. Und eigentlich muss man dann schauen, dass man baldmöglich drei Spieler rüberbringt und dann wieder mit zwei Spielern und einen Spieler drüben lässt und mit zwei wieder zurückfliegt. Und dann wieder eine andere Kombination versucht und dann immer mehr Spieler auf die andere Seite bekommt. Wir haben hier bestimmt 20, 25, 30 Minuten rumgetan, bis wir rausgekriegt haben, wer miteinander kompatibel ist, dass wer miteinander rüber kann. Das ist ein bisschen ein Rumgefrickler. Wir haben es mit Try-and-Error rausbekommen. Es gibt, wie gesagt, für Wert gibt es eine Taktik, die man auch anwenden kann, wo mir gesagt wurde, sie ist besser. Wir haben sie nicht ganz durchstiegen oder auch nicht angewendet und haben diese Try-and-Error-Methode quasi gebastelt. Im Endeffekt ist das Ziel, drei Leute rüberzukriegen, zwei fliegen wieder zurück und versuchen dann wieder eine Kombi rauszufinden, wo quasi wiederum dann drei Leute rüberfliegen. Einer wird wieder abgesetzt, zwei fliegen wieder zurück. Und irgendwann hat man dann den Punkt, dass wir alle auf der anderen Seite sind. Man muss da öfter mal hin- und herswitchen. Also mit drei, vier Zügen geht es nicht. Man braucht da schon einige, um dann wirklich alle rüberzukriegen. Und man muss halt auch ein bisschen erstmal rumtesten, mit vielleicht auch Zweier-Kombis zu sehen, wer kann rüber. Und jetzt habt ihr gerade gesehen, jetzt war ich gerade alleine und das funktioniert nicht. Also man muss Minimum zwei, maximal drei Spieler. Und sobald man dieses kleine Event auch absolviert hat, dann kann man quasi jetzt hier hinter uns, ja, öffnet sich dann die Tür, sobald alle drüben sind. Man kann in den Raum laufen. Und jetzt seht ihr, haben wir hier fünf Pillar. Und zwar, ja, oder fünf so Beschwörkreise. Da kann man sich reinstellen, drückt quasi in der Mitte auf das Mount und dann channellt man erstmal relativ lang so einen kleinen Cast. Ja, bei uns haben, glaube ich, auch nicht alle gleich gecheckt, dass sie da draufklicken müssen. Und sobald man das durchgechannelt hat, bekommt dann jeder sein schickes Mount ins Inventar. Und ja, man ist dann auch quasi schon fertig mit dem Ganzen. Und ja, jeder hat seinen Mount. Man kann auch beim anderen mit einsteigen, hat dann diesen Speed-Buff und ja, ist damit auch durch. Kann sich dann eigentlich dementsprechend rausporten. Ähm, ja. Jetzt, wenn ihr das ganze Video angeguckt habt, wisst ihr, das ist ein Haufen, Haufen Stuff zu tun. Und ich hatte auch hier viel Spaß beim Schneiden, das kann ich nicht sagen, bis jetzt haben wir halb sieben in der Früh. Ich bin seit 1 Uhr dran. Also doch schon ein gutes Weilchen. Ja, ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich mit dem Video-Guide ein bisschen weiterhelfen. Solltet ihr noch Fragen haben, sehr gerne hier Fragen rein. Wenn ihr nochmal irgendwas genauer wissen wollt, ihr könnt ja am Video immer stoppen oder guckt in den schriftlichen WoW-Head-Guide. Da habe ich auch quasi meine Informationen raus. Da kann man vielleicht nochmal schnell auf einen Blick was nachgucken, was einem nicht so klar war. Und ja, sonst drücke ich euch viel Daumen beim Rätseln. Das ist vielleicht ein bisschen schneller, als ich schaffe. Und ja, vielleicht noch der allerletzte Tipp, den ich vergessen hatte, bei der Scheibe, bei dem letzten großen Rätsel, auf die dritte Treppenstufe von oben gehen. Dann kann man besser draufklicken, weil wir haben es auch immer öfter gehabt, dass wir nicht draufgekommen sind. Das soll es gewesen sein. Wie gesagt, ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen weiterhelfen. Soll das der Fall sein, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich sehr gerne abonnieren. Eutela, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.